ja meine Freunde wollten es einfach und was hängt mit Wasser? aber siehst du ihn im Stream? warte ich guck kurz mal ist schon einer drin im Stream? nö nö Entschuldige Seite Frau ja aber ich hab den Stream noch gar nicht mehr der heißt äh live da steht live ja 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 fühle ich ja ich guck so ähm lass mal ne Runde durch so ja ich hab den anderen gekickt einfach ja man das bist du ach so das bist du ja hey wo musst du jetzt relativ so let's go machst du den Stream nicht aus? doch den mach ich aus let's go let's go brauch ich auch gar nicht ist halt so du hast es sogar weil bei mir ist das ein bisschen vorgespult irgendwie also zurückgespult ja das äh das ist Stream-Snipe-Schutz dass man nicht gestreamt der läuft mit Verzögerung damit man nicht gestreamt werden kann ah ich kauf mir vielleicht noch ne Facecam ja diese Playstation Kamera und dann kann ich mit Facecam streamen ich weiß aber mit Marshmallow Helm ach scheiße meine Tür ist nicht zu warte mal kurz soll ich dir mal was sagen? was? ich hab jetzt so ein richtig geiles Mikrofon guck mal auf meinem Account ich hab da so 20 Abonnenten Special ja und das da siehst du mein Mikrofon mit wo ich grad streame ich hab so ein YouTuber Mikrofon mir gekauft krass 22 Euro hoch lass mal Booney Poops so nenn ich das jetzt Booney Poops aber was geben die aber Solty Tower war ja noch okay aber warum nennen die jetzt Solty Tower einfach Booney Poops aber was geben die Booney Poops Booney Poops oder wir haben neue oder keine Ahnung Digga tanzt hier jemand? Alter ich schmeiß den Hals stirb doch ich stirb selber aber ich mach mich nachher ich schreile kann sowieso sonst so einstecken YouTube bad mich nicht sonst banne ich euch aus ihr habt keine Ahnung wie alt ich bin ich bin äh bei YouTube äh ich hab keine Mails Scheiße ich hol dich Digga Alter wie kann man denn keine Scheiße mit ich hab den der dich ähm so rumgeholt hat Elektronik Ent Popo Blanco Ah mach ruhig Leute Egal wo du es gehörst Alter du bist voll gut Warte ich nimm dich mal mit hier Du hast dein Glück jetzt gehen Ich kann dich nicht tragen Geh mal hier drunter Hey warum kannst du mich nicht tragen Ich weiß nicht Du musst es eigentlich Iconic haben bei dem aber dein äh dein Account ist ja komplett weg Ich weiß OMG Kai Daniel heißt du jetzt OMG Kai Daniel OMG Kai Daniel Ich weiß Scheiße Digga Ich hab aber nur ein scheiß Bogen Diese scheiß Ja der scheiß Bogen hat der andere auch Und ne drücke Hä Hä Lol Digga der kriegt einfach keinen Schaden Soll ich deine gar nicht verdienen Ich hab dem halt 20 Headshots gefühlt gegeben Und der war immer noch ne down Und der hat mir Der hat an meine Füße gezählt Und hat mir nen Headshot gegeben Hat an meine Füße geschossen Und hat zu viel Schaden gemacht Fühl ich das Game Fühl ich? Warum spielst du eigentlich schon immer Fortnite? Weiß ich nicht Ich hab mal angefangen Mal wieder Ah Ich dachte du hast dein Erkannt gelöscht Hab ich auch Ich hab ihn aber wieder installiert Ah Wie lange haben wir uns jetzt gestritten? Eins bis Vier Wochen Fünf Wochen Ah Schwierig Ah Stream Du warst nur vier Minuten live Wann? Vier Minuten warst du nur live Wann mal? Äh Gerade Hä ich bin sechs Minuten grad Hä Okay gut Ist der Stream wieder off oder was? Ja Eine Person ist drin Das bist du wieder Ähm ja Hä Wom hast du eigentlich ein hohes Level? Ich hab vorgestern angefangen Ah Ey was ist denn da? Koloss Kolosser Kolosseum Kolosser Kolosseum Heißt das so oder bin ich da? Das heißt so Das hieß so Jetzt heißt Kolosser Krups Egal Aber wie sind diese Häuser da reingekommen? Diese Steinzeit Häuser Das sieht man halt so richtig, dass das so Ruinen sind Das ist voll gut gemacht Ich nehm mir mal den Staubsauger Muss mal ein bisschen Müll wegrollen Ein Staubsauger Ja ein Staubsauger Ja ein Staubsauger Wie du hast ne SMG Ein Staubsauger Äh nein nicht diese Diesen Wiedervärter Der so Möbel Der so Wände einsaugt Ach so Ja 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 Ich dachte das LMG SMG Ja SMG LMV SMG Wow ich hab ne grüne Pumpgarn Eier ich muss miesen Ok musst du Will ich das Internet? Ok eine Uhrzeit Neee Wenn das Internet bei mir zu scheiße ist Dann wird der Stream immer abgekackt Dann kackt der Stream immer ab Obwohl ich es gar nicht will Deswegen meine Streams sind immer so lang äh kurz Weil das Internet dann scheiße ist Weil ich dann übertragen und gleichzeitig das Spiel spiele Guck dir am besten gleich mal in der Lobby mein 20 Abonnenten Special an Das ist zu krank dieses Mikrofon Warum kannst du noch den Vorhaben? Minium Was ist mit dem los? Ich hab einfach nur zugeguckt Geh und füri 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 und füri. Ja Ganz so gut Oh ich würde da nicht schießen Ich wollte den aufheben Der Befehl Brüder Gekste Ich bin besser geworden Hi Leute Äh wie Ich dachte du machst grad Ey so Wirklich Da ist so Ninja mäßiger Der war so los Der war so los Warte kurz mal Moin Wow Ist bei dir einer Von der Seite Scheiße ich hab Nein Digga Hier ist noch ein Steam Digga Hä? Hä? Das ist die Internet ey Das ist die Internet ey Ne Er hat so rumgewagt Ich habe so geile Waffen aber Wann habe ich diese Scheißknechte in die umgebracht? Knämmere die Scheiße Die haben gegen jeden Boden geschossen Das ist ein Bot bestimmt Du bist ja in der Runde Ah ja bin ich Schätze mal wie Äh nicht schätze mal wie alt ich bin Ähm Schätze mal wie vieles günstig hab Ich sitz geradeaus Schätze mal wie viele Skins ich hab Ähm 70 100 Ne Kein 100 80 Ich habe Muss ich mal nachzählen Ich schätze 80 Oder 70 4 5 6 7 8 10 11 12 12 12 13 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 64 66 67 68 79 70 73 74 76 77 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 habe ich. Ja, ich habe richtig gechätzt. Lass mal Matsch Militär. Ich wollte gerade Kneesh nehmen, aber egal. Okay, dann nimm Kneesh. Kannst du machen, dass ich nicht aussitze? Hast du gemacht gerade. Oh. Fühle ich. Lass mal ein bisschen creative. Ich will mal eins gegen eins gegen dich. Okay. Eins würde sich eins. Ich weiß noch, als ich diesen Hack aktiviert habe. Ja, ich weiß auch, wie der geht. Der geht aber auch auf Switch. Ist halt so. Ich habe dich also richtig verarscht. Aber ich habe es direkt danach getestet. Das war so nudelhaft von mir. Nudelhaft. Ich will mir so ein komplettes Streaming-Setup bauen. Ich habe jetzt auch eine Maus und Tastatur. Warte mal. Kann ich dir zeigen? Ja. So, das hier. Warte. Und so kannst du es auch sehen. Ach scheiße, ich habe keine Spitzhacke. Hallo. Hier, siehst du es? Meine Tasten. Und das ist in meinem Zimmer auf meinem Schreibtisch. Ich habe das immer im Zimmer auf dem Maus und Tastatur. So, jetzt bin ich wieder bei PC. Darf ich eine Map reingeben? Wir haben auch noch. Digga. Wir nehmen... Der ist immer viel, würde ich wie Gangster. Nordpol? Was? Giant Kitchen. Fang doch auch wieder mit YouTube an. Mal rum. Dann können wir vielleicht zusammen mal... Oh, hier mal, da ist ein Stream drin. Ich kann aber nicht. Jetzt ist keine Map drin. Ja, scheiße. Stimmt, du hast keine PS4. Aber ich könnte mit dir ein... Ja, kauf dir besser keine PS4. Warum bin ich jetzt in eine Scheiß-Dings reingegangen? Ach, mache einfach eine Map rein. Mach einfach eine Map rein. Ich fliege mit dem heiligen Hexenbesen. Hab ich den überhaupt in Tast? Nee. Kriegt man den Tasten los? Nee. Hast du den hier? Warte mal. Warte, zeig mal. Zeig mal. Äh, musst du gucken. Zeig mal. Du bist so wie der Alte. Äh, nein. Den hier. Nee, den hab ich. Guck mal hinten auf das Ding. Banane. Haha. Ah. Lili, lili. Hast du jetzt die Map rein gemacht? Nö. Aber ich trinke erst mal einen Kaffee. Ratatata. Ich schieße dir deinen Kopf weg. Ich schieße dir deinen Kopf weg. Ich auch. Guck so. Warte, ich auch. Dann auch den Kopf weg. Ja, weine. Ich weine. Ich weine. Ich weine. Ich schieße dich ab. Ratatata. Öh. Aber, oh, ich hab frischen Sand. Ah, ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. Jetzt bist du drin. Jetzt bist du drin. Ja, jetzt bist du drin. Jetzt bist du drin. Und jetzt bist du drin. Ich bin noch nicht drin. Das ist, oh mein Gott, nein. Das ist die OG Map, oder? Ja. Das ist die alte OG Map. Das ist so scheiße nachgebaut. Finde ich auch. Wow. Die Kisten sehen aber auch kein bisschen OG-haft aus. Ist halt so Uhrzeitwaffen, finde ich, fühle ich. Ja, und kein bisschen OG. Oh mein Gott, die Sniper ist auch noch drin. Das ist so geil. Hier gibt es... Aber die Autos sind... Oh, eine epische Kiste. Hä? In der epischen Kiste war gar keine Waffe drin. Wirklich? Ja. Digga, das sind Bugs, ey. Alter, was ist das für ein Schrott-Game? Ich habe jetzt einfach mal so eine Scheiße-Scheiße-Scheiße. Ich klappe dich, Papa. Äh, ich brauche erstmal eine Pumpgun. Ich habe nämlich nur eine AR-Own-Fauch. Ich habe AR-Own-Fauch. Du bist so ein Lucky Boy. Alter, du wirst doch gleich bei meinen... Bei meinen... Du sollst... Ach, scheiße. Kann ich mal reden... Gibt sie auch irgendwo Drohnen? Bei mir gibt es gar keine Drohnen. Bei mir gibt es so viele Drohnen, ey. Huter Fisch. Schöneidoo. Hoffentlich kommt die aus der ähnlichen Kiste wieder raus. Nö. Da kommen nur Biggies raus und so. Hä? Ich habe ein Uhrzeit-Gewehr. Ja, das ist voll geil, dieses Gewehr. Was markierst du da gerade an? Habe ich da was markiert? Ja. Ich dachte, du würdest das nicht sehen. Ich sehe das auch nicht. Ich habe das nur aus dem Sound gehört. Durch deine Kopfhörer durch. Ah ja, stimmt. Digga, ist das Pleasant Park? Ja, das ist Pleasant Park. Aber da ist... Ich bin in Retail Row gerade. Ich habe einen Rocket Launcher. Ich bin in Retail Row bin ich gerade. Hast du voll, ähm, Blue Life? Ja. Ich habe eine Pumpkin. Ich habe auch... Ich habe voll... Ich habe auch jetzt gleich... Full Blue. Ja, voll jetzt. Blue, 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 Blue. Digga, alt. Ich habe eine... Welche Farbe hast du von einer Pumpkin? Blau. Blau. Ich habe, ähm, Krüben. Oh nein. Ah. Ich will sie jetzt öfters mal fortnehmen. Ich gehe mal nach Lootlark. Ich bin das die Tee-Bot. Das die Tee-Bot. Der Pot. Dann der Pot. Warum gibt es ja eigentlich nur... keine normalen... äh, 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 ähm, nicht mal normale Dinger. Normale Sturmgewehre. Vollendend. Doch in der Season gibt es normale Sturmgewehre. Ja, aber jetzt gerade nicht rein. Hier. Ja, ich weiß. Aber ne, gerade nicht rein. Boah, Schnellschuss. Ach, scheiße, ne, ne, ne. Halt dich. Wo bist du denn überhaupt, in welchem Dorf? Äh, mein Dorf heißt... Blutlass noch... Luhidiou, Sai, du bist gleich tot. Wo bist du denn? Ich hab keinen Sound an. Okay. Entwechsel auf dem Scheiß, Mandy! Ja! Woo! Leck mich doch am Arsch! okay das reicht jetzt aber das war eine gute taktik von mir musst du sagen du sagst du gehst war ich auch ich war und dann habe ich gesagt julio ist gleich tot und dann hast du deinen geschissen raketenwerfer einfach ein alter jetzt pass auf jetzt musst du aufpassen ich geh zu bürger king wo bist du wie sie kuf ich bin bei taco zeit bin ich jetzt so nenne ich ich bin egal du bist bei mir digga warum ich bin auch bei grüßigoo alter ich schwitze gerade so rein aus dieser scheiß epischen drohe kommt natürlich nur ein feuchter frotz raus ja okay würde ich auch sagen warte ich habe mich verbessert seit der letzten zeit wie soll ich den verbesser haben in zwei tagen ich habe mich zwei tage die ganze zeit kreativ durchgesucht habe ich ja 24 sieben chillig wollen wir arena spielen nee okay gut danke Du willst doch meinen 20 Abonnenten-Special angucken. Ja, meinen Bank. Machst du jetzt auf Duo? Guck, lass deinen 20 Abonnenten-Special an. Mit meinem Mikrofon. Du spielst World of Tanks? Ja. Auf PS4 aus. Was ist dein 20 Abonnenten-Special? Mit Videos. Das mit dem Marshmallow-Kopfhund, wo ich mich gezeigt hab. Hast du dich auf Dings gezeigt? Ja, wo meine Maske. 20 Abonnenten-Special vor 3 Wochen. Ja. Das alte Intro, wie immer. Ja. 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 Okay, ich hab's mir angeguckt. Ja. Das Mikrofon habe ich gerade. Ja, ich weiß. Krass. Krass oder krass? Krass. Okay, gut. Mach auf, du. Krass. 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 Warte, ich nehm mir jetzt was. ich nehme mir jetzt mal was diesen Stil von Knäsch hat es auch wieder an. Moskau, Moskau. Morgen hab ich Ostern. Morgen hab ich Ostern. Morgen hab ich Ostern. Wie das Morgen, Ostern? Morgen ist rumänisches Ostern. Ach, du hattest doch gar kein Ostern? Nee. Ich habe in 13 Tagen Geburtstag. Ich weiß. Und Corona ist da. Lacto Divis. Das wird mal eine tolle Plan. Ich hatte schon mal einen Corona Geburtstag. Da durfte ich gar keinen einladen. Wann? Letztes Jahr hast du doch gefeiert, oder? Nein. Nee, letztes Jahr nicht, nee. Da hast du doch diesen Nerf bekommen. Wann? Mit dem Schalldämpfer von Fortnite. Letztes Jahr zu deinem Geburtstag. Ja, hat das schon, ja. Leute, ich werde auch bei meinem Geburtstag werde ich noch ein Video hochladen, wenn ich Zeit habe. Ja. Das ist jetzt eigentlich nur so ein Mitteilungsstream. Ich wollte da ein bisschen Sachen mitteilen, die mir so passiert hin und alles. Und ich habe einfach mal Just von Anfang an gemacht. Ja. Aber ich finde es immer noch so krass, dass wir schon 20 Leute sind. Du hattest ja zwölf Verbunden, als du aufgehört hast. 13. Dann 13. Und dann... Ja. Das war eine traurige Entscheidung. Aber du musstest ja drücken eigentlich. da bei dem einen musst du gesagt haben. Ja. Musste ich abdrücken und mich umbringen. Nein, Spaß. Ähm. Lass mal Latzelake. Latzilake. Du hast immer Latzilake gesagt früher. Ja. Dann lass ich mich hin. Kakerlake, lass mal hin. Lass mal zu Kakerlake. Ich habe diesen Fischfall und wenn man sich mit diesem Fischfall dreht, so, dann sind da so Striche wie so, so Anime-mäßig sind da so Striche. Ah. Was hast du für einen Skin? Äh, für einen Hängegleiter? Warte, ich komme mal zu dir runter. Ähm. Diesen einen Dingsbums. Den einen Sagenbogen den Regenschirm. Ah, ja. Okay. Ich komme mal meinen. Falls es regnet, muss ich ja auch geschützt an. Guck mal hier meine. Marshmallow-mäßig. Ich habe sogar Marshmallow-mäßig. Ich habe alles. Alter, mein. Ich war die Straßenschlangen-Gang, als ich YouTube gemacht habe. Wie die Straßenschlangen? Das ist doch dieses Searcher-Paket. Searcher. Ach so, ja. Den Scan kann ich dir gleich zeigen. Ich weiß nicht, du warst der eine mit der Maske. Ja. Hä, aber du warst doch eigentlich nicht Iconic. Was? Und was hast du denn ein Iconic-Ding gemacht eigentlich? Weiß ich nicht. Ich mag halt Iconic-Scan. Ja, du musst doch bei Searcher, Searcher-Gang halt. Diese Searcher-Dinge. Aber das ist ein Straßenschlangen-Paket. Und der ist ja... Oh! Eine blaue Eier. Yo! Er fühlt sich... Machst du direkt einen Kill? Ja. Digga, ich hatte bisher nur... Ich habe nur Eiers. In meinem ganzen Leben finde ich nur Eier. Ich möchte eine Pumpgun... Eine einzige! Kann ich eine Eier haben? Von dir? Ja, da unten ist eine in der Kiste. Habe ich eine gefunden. In der Kiste steckt die noch? Nein, die... Du fühlst dich ja gar nicht, ob es eine Eier wäre. Die ist da bei der Kiste unten. Da, wo der Lamborghini parkt. Da unten nimmt der Gehaler. Ich fühl ich... Boten hier Bananenwurst. Aber das... Alter, das ist keine Eier. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Sturmgewehr. Oh! Ich habe diesen Staubsaug einen episch. Der ist wohl scheiße. Ich weiß. Damit kann man aber einen richtig abfacken. Ich habe schon ein Tüfflergewehr, Uhrzeit-Schrotflinte und Tüffler-Maschinenpistole. Und ein Mini. Schön für dich. Ich habe eine AR. Was für eine AR? Meinst du jetzt? Blaue. Die echte AR. Ja! Eine Tüffler-Schrotflinte. Die mag ich. Willst du ein Biggie? Ich habe ein Biggie für dich. Ich vom Brunner. Ja, hab ich dir hingeworfen. Er wird so eine Schnäre. Das vielleicht heute nochmal treffen, oder? Ja. Nur ist es so, mein Fuß geht es nicht am besten. Ähm, ich habe mich nämlich mit einer Glasscherbe am Fuß geschnitten. Aber ich kann schon noch laufen. Wie ist das passiert? Ähm, ich war in Kirchvers in der Bach, bin ich rumgelaufen in der Bach. Und, ähm, ich habe ein Wundertalent. Äh, das Talent heißt, ich finde gerne Glasscherben, die in der Bach rumliegen. Guck mal hier. Und so weiter. Und ich schneide mich auch gerne. Guck mal hier, was ich für einen Bug gefunden habe. Was für einen. Guck mal. Gegner! Nein, siehst du den Bug? Ja. Du stehst drauf, das geht aber gar nicht. Weil man, äh, wenn man drauf springt. So, zack. Warte, warte kurz mal. Ich muss mal kurz zwei Z-Mexe hops nehmen. Das sind nämlich die aller. Alter! Okay, gut. Der war schon geil. Der Player war schon geil. Muss ich sagen. Der hätte mich fast. Hä, da ist einer unten links. 200 Mann und 20. Ich weiß. Oh mein Gott, Digga. Ich bin fast da und ich hab 25. Hey! Digga. Pff. Scheißdreck. Ich komm gerade hoch. Da, äh, der hielt gerade einen. Da musst du nur einfach drauf. Geh drauf schnell. Der hielt noch. Der hielt noch. Der hielt noch. Der hielt noch. Der hat gehielt. Ja. Huh. Hallo. Erstmal schön gönnen. Hallo. Wie du es auch immer machst. Hallo. Alter, das ist halt so richtig. Digga. Ja. Komplex. Scheiße. Hätte. So. Ach. Du bist. Richtig ASMR. Hier liegt direkt. Nee, die Kuss. Ja. Ich gönne mir schon einen. Da ist einer bei mir. Ich möchte den Hubs nehmen. Nicht du. Bitte. Wo ist der denn? Der ist da. Wo der ist. Ey. Lass mich nicht alleine. Warte. Ne. Ich hab Angst. Hey. Bitte. Geh nicht weg. So. Danke. War mein Geld. Äh. Äh. Ich dachte mir so. Scheiße. Ich hab schon drei Kills. Aber. Ich hab einen. Danke, dass du mich mitleidest mit den Kills und so weiter. Ja. Danke. Vielen Dank. Ja. Bitte. Alter. Jetzt wird der kleine Meer auch noch frech. Aua. Ich zeig mich auf 100 Abos. 100 Abos. Also ab 1000 eigentlich, weil wenn ich 13 bin. Ui. Ui. Da ist ja ein. Moin. Och Digga. Ich möchte dir doch so gerne. Ne. Och Digga. Komm mir nicht an. Doch du staubst mir nicht. Ich war gerade so in Panik. Ah. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Ach. Der gehört mir. Der muss nicht hin. 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 Erstmal schon alles looten. Wie du Puskels gemacht hast. Wie Puskels. Erstmal schon alles looten. Oh Pumpgun. Zeig mir. Na, ja, warte. Ah, ja, fein. Die hasse ich. Ich lieb, dass es die echte Pumpgun. Ach so. Das ist nicht die Schriffl-Schrotflinte. Die Schriffl. Schriffl, ja. Schrift. Ja, bitte. Ich baue mich ein im Gegensatz zu dir. Ich baue mich nicht ein, weil die Gegner, die versuchen, mich abzuschießen, bekommen danach was auf die Fresse. Das sind aber nicht so gell, glaube ich. Ich habe einfach sechs Schockwell-Granaten. Digger. Wuuuui, Mann. Das kann ich auch sogar mit sechs Stück. Puh. Ja. 34 Minuten stream ich schon. Okay, geil, geil, geil. 34 meinte ich, oder habe ich 24 gesagt? Hast du auch schon mal mit dem Niklas gestreamt? Ja, aber die Eltern haben es irgendwie herausgefunden. Und dann... Da war die Gacke am Flitzen. Warum? Weil in der Schriftstück. Oh, die da gehen. Oh, ja. Du hast zwei Kills, drei Kills, oder? Ähm... Zwei. Ich habe fünf. Richtiger Flex. Ja. Könntest mich auch wenigstens mal warnen. Und sage, spring gleich. Spring gleich. Ich kriptiere gleich. Ich sag's, wie es ist. Ich eskaliere gleich. Guck mal, hier sind, äh... Die Eier sind jetzt endlich geschlüpft. Ich weiß. Warte, 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 warte. Meins. Ich kiriere. Meins. 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 Ich mach da eins. Gar keins. Ich mach da eins auch mal gut. Meins. Mach kaputt. Das ist nicht alles. Oh, mein Knochen. Meins. 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 Okay, gut. Agent Gona see Wax. Ist halt so. Agent Gona see. Passt du den Battle Pass? Ja. Scheiße. Ich hab ihn nicht. Oh. Moin. Ich will mit dem Knecht handeln. Springen. 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 Handel. 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 Jalla. Nein. 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 Ich hab eh nur einen Mini. Was so? Hier bekommst du ein Mini. Und hier bekomm ich ein Biggie. Nee. Ich hab eh nur einen Mini. Digga. Willst du die Pump? Willst du die Pumpgun hier? Ja. Bekommst du nicht. Das ist ein eingeborenes Haus. Zeig mal. Da werden wir angeschossen. Hier werden wir einziehen. Julio. Hier werden wir einziehen. Ja. Perfektes Haus. Das ist ein Mini-Haus. Warte. Ui. Hast du einen Bogen? Warte. Lass mich die Arbeit erledigen. Ich hab einen Bogen. Oh, Ambo. Es tut weh. Jig, jig, jig. Jig, 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 jig. Ich ächst mich. Lass alles bei den nächsten. Lass mich malen. Oh, ha. Headshot 49 Damage. Lass mich die holen. Ich hab richtig einen Bogen. Ich hab einen fehlengegend. Oh, ich hab ihm einen Headshot gegeben. ich habe einen hp gegen das war das war ich hab auch kann ich mich jetzt haben ich habe keins ich habe einen hp hattest du wirklich ein hp ja hatte ich ganz meine community fragen ja ich weiß deswegen kann ich sie auch gar nicht fragen ja du hast ja eine stunde zelda mal aufgenommen ja eine stunde eine ganze stunde spezial folge ja so zu sagen was hast du in der eine stunde gemacht habe das ganze vergessene plateau durch gespielt das ganze auf einem neuen account das ganze vergessene plateau boink 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 moin alter so ein kleiner abschi dem ging alles am arsch vorbei hier war eben hier ist einer lass mich lieber das überleben weil du okay gut du darfst es machen du darfst es machen das ist das ist aber trotzdem scheiße gewesen ich habe soviel jetzt gegeben hier mini ist für dich ich bin warum habe ich ehre ich habe mein medikind für mich genommen ich habe mir den piggi geschnappt ja let's go let's go moskau hier ist medikind schade das die deutschland die mann. Nimm die AKI. Oh. Guck mal, lacht schon aus, was hier ist. Ah! Ich weiß ja! Ah! Geekse! Pass auf, da ist noch einer mit einem Boden! Ja, den kriegst du doch. No! Der hat mich weggeboostet. Liga! Der hat mich weggeboostet. Ach, du bist tot? Nein! Ja! Ja bin ich! Von weh denn? Von dem Boden! Holst du mich jetzt! Ich bin abwürdig! Ich wurde von einem Bogen geholt! Von einem Bogen! Aber ich kann auch mit Low Happy weiterspielen. Ich auch, ich kann sogar... Meine Mutter erhielt sich... bei 88 HP! Was?! Ich sag, das ist vollkön ausreichend! 88 HP ist sowas von ausreichend? Meine Mutter hat sich mal einen Begel genommen bei 88 Blue Life! Bei 8... Boah! Das ist wirklich doof, oder? Ich nehm mir höchstens ein BG bei 99 Blue Life! Bei 99 Blue Life ein BG! Nein Spaß! Ich hab da einen gesehen! Wo? Eigentlich nicht! Hoffentlich ist es kein... Russe! Russe! Das ist nur Sie-Mex! Sie-Mex bei mir! Soll ich dir helfen, drauf zu pushen? Am besten! Ich helfe dir! Mein Wagen hat einen Platten! Am besten, Mann! Mein Wagen hat einen Platten! Weißt du? Aimboard verpackt! SCHILL! ICH EICHT! Chill! You're live, Bro! Bereit machen! Hi top, Digger! AHHHHH! Was jetzt?! Bist die Eis? Drück auf bereit! Ja! Alter, was mit dem passiert?! Handy am Main, ich hab keine Ahnung, was ich hier lehre, ich guck jetzt Tiktok lang, ich guck jetzt Tiktok auf jeden Fall, mach toter Gangster, toter Gangster, toter Gangster, toter Gangster, toter Gangster, toter Gangster, toter Gangster. Oh hier, oh Gott! Was hat er mir denn geschrieben? Ich will nicht kampfgebot. Du, du, ich bin wieder da. Hey, Digga, Emil ist in meine Gruppe gegangen, so ein kleiner Hundesohn. Wer ist aus der Gruppe gegangen? Aus meiner Gruppe, hier. Wer? Wer ist aus seiner Gruppe gegangen? Hier, äh, der Emil. Auf YouTube? Nein, meine Gruppe. Homeschooling, oder? Nein. Was? Digi, Kick. Ah, Kick. Was, was du hast Kick ist? Whatsapp. Ja, ähm, ich kann es nicht installieren. Ja, da können wir zusammen schreiben. Digga, ich hab ein Akku. Kick. Die ist ganz oben, äh, ja. Ist da so ein grünes Zeichen? Ja. Grün, Kick. Und mit so weißem Untergrund. Kick. Ja, weiß ich. Und dann ist da so ein Mal, oder so. So ein Punkt, neben, am Ende des Satzes. Oder? Ja, da ist ein kleiner Punkt beim K. Ja, okay, das installier ich mir jetzt. Weil WhatsApp... Dann können wir zusammen schreiben. Bei WhatsApp hab ich ja nicht. Ich hab einer, ich hab ein Prozent bei meinem Handy. Ich hab 24. Ich installier's mir gerade. Muss man sich da anmelden, oder so, bei Kick? Ohne Telefonnummer. Geht's, Kick. Krass. Registrieren. Registrieren. Registrieren noch. Und da musst du da alles befolgen. Du kannst dir sogar deine eigene Telefonnummer erstellen. Meine... Meine... Meine Telefonnummer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja, mach ich gleich nächste Runde. Nächste Runde mach ich das in der Lobby. Ja, mach das. Da können wir zusammen schreiben. Ne lila, ne Waffe ist grad vor meinen Augen runtergefallen. Die fällt über alle Berge. Guck mal, was es ist. Hast du's gesehen? Ja. Hier. In der MP! Ja. Cool. Also hast du's nicht gesehen. Doch, hab ich. Hast du die Pum an erster Stelle oder das Sturmgewehr an erster Stelle? Das Sturmgewehr. Ich auch. Alter, ich kann da viel besser spielen. Ja, weil wenn man... Weil als erstes ballert man das Sturmgewehr, ballert man mit dem Sturmgewehr und danach wechselt man zur Pum. Das ist so... Ist so einig, weil da mein Geschmack fest geht. Hab dem 99er Headshot gegeben. Ich geb den nur Headshots. Ja, aber nee, nicht mehr. Die Jules nicht mehr. Den hab ich sowas gemacht. Die Aura ist bei mir. Okay, die lebt auch nicht mehr. Die ist mausetot. Ey! Kennst du dieses eine Lied? Ja, das kenn ich. Ja das kenn ich! Ja das kenn ich! Ja, das kenn ich! No, we must really get down in and go. Shinnide will mine come bring us a guarantee and run. One million beaches stronger take I even go. No. Go! 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 Guck mal wie ich mir alles verwackert habe. Nee! Alter das sah so aus so von mir die Waffe klaust. Nimm das hier! Bau den ab! Nimm das! Alter Al, warum muss ich denn immer schreien? Ich hab keine Ahnung. Wow, ein Gegner, bitte! Warum ist eigentlich keiner beim Stream? Ich hab so viele Abonnenten. Guck mal, ob ihr das... Hier, ich geh einfach... Bei Standard-Skills sind schon mehrere Leute im Stream. Bei Standard-Skills sind mehrere Leute im Stream. Guck mal, das ist... Wo ist dieser Fick? Ach, da ist dieser Mensch! Pass auf, da ist der Namer! Über dir! Ich hab jetzt Reiche gegeben! Digga. Okay, gut. Ich hab's mir jetzt gerade installiert. Kick. Registrieren. Mach registrieren. Und dann mach dein Profilbild. Ich hab so einen Stinkefinger bei meinem Profilbild. Dann kannst du mal gucken. Sas. Benutzername ist easy. Benutzername ist mein Name in Fortnite, okay? Mach Philipp einfach. OMG... Nenn ich mich. OMG, Philip. OMG, Kai. OMG, Philip, mach doch einfach. Kai. OMG, Kai. Kai. OMG, Kai. OMG, Kai, Philip. Okay. Ähm, wann hab ich... Ab wieviel Jahre ist diese App? Ab 18. Okay, gut. Dann mach ich ein Bild. Squall ich und so, so, so. Ist halt so. Ich hab so bis das letzte gemacht. Also bis 1900 irgendwas. Bis 1903 hab ich das. YouTube verklagt mich nicht, sonst schlag ich euch den Arsch. Telefon empfohlen ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meine Telefonnummer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, mein Benutzername heißt einfach Kai. Kleingeschrieben. Kai. Ist bei... bereits Kai... Kai ist bereits bei... Dann mach ich Philip. Kleingeschrieben alles. Okay. Ist auch bereits... Philipp Max. Philipp Max. Digga. Oder ne, mach einfach... Äh... OMG. Kai. Philipp. OMG. Kai. Philipp Max nenn ich mich. Okay. Philipp Max. Etwas ist schief gelaufen. Hä? Benutzername bereit vergeben. Leck mich doch am Arsch. Dede. Leck mich doch am Arsch. Dede. OMG. OMG. Oder OKF. OKF. OMG. OMGF. OKS. Bereits vergeben. Alter, diese App will uns so in den Arsch treten. Digga, ähm... Nimm doch einfach... Ich nenn mich Philipp27. Geht das? Safe. Bereits vergeben. Ist bereits vergeben. Ja! Freude finden. Wie heißt du? Wie heißt du? Ja, ich hab geklappt. Julio Seilis. G-I-U-L-I-O-S-A-I-L-I-S-E-S. Ähm, wo soll ich das suchen? Ähm... Ich such dich einfach. Ja. Warte! Ich hab... Ich such dich! Ich such dich! Wie heißt... Oder such mich! Ja, okay. Ich such dich. Ich heiße PhilippMax27. Philipp27. Such nach mir. PhilippMax27. Fühle ich. Ja. Was ist dein, ähm... Profilbild? Hab ich keins. Dann mach mal. Warte. Ähm... Alles klein? Ja, alles klein. Ich hab... Nein, ich heiß nur Philipp27. Ähm, ja, wie... Philipp nochmal geschrieben. Sorry. Wie wird das geschrieben? Philipp? Ähm... P-H... Ja, hab ich. Ich hab mein... Ähm... Mit meinem Headset... P-H-L... Ja. Nein, P-H-L-I... Ja. P-P. Und 27. Ohne, ähm... Freilassezeichen. Du hast grad... Ja, mit deinem Headset, glaube ich, dich. Ich schreib dich mal an. Äh, wie kannst du mich anschreiben? Bekomm ich irgendwas, wenn du mich angeschrieben hast? Hast du? Was? Ja. Moin, Scheiß da. Okay, ähm... Jetzt haben wir... Jetzt sehen wir uns immer... Du tippst gerade. Äh, äh... Äh, Sinn. Moin, Scheiß da. Hier sieht man mein komplettes Maustentastatoren. Hier, bei mir ist voller Werbung, Karl. Bei mir ist alles voller Werbung. Das schicke ich dir jetzt. Wie ich das jetzt so nehme. Ja, wie du ein Kampferer. Bei mir denkt man echt... Ähm, warte! Julio, schick dir mal ein Screenshot. Warte. Kann ich dir ein Screenshot eigentlich schicken? Was hast du denn da für ein, äh... Stuhl? Äh, das ist, ähm... Papas Stuhl. Der Stuhl von meinem Vater. Hast du mal mir doch angeguckt? Ja. Guck mal. Mein... Digga. Warum hast du dir dieses Screenshot geschickt, hä? Äh, das ist mein, ähm, Handy-Hintergrund. Guck mal. Geil, oder? Ja. Okay, wollen wir hier zu? Ich will hier auch mal ein Screenshot schicken. Ich hab ne eigene Gruppe. Die heißt Die Hunde. Okay. Die Hunde mit, äh... Stinkefinger hinten. Ja, okay. Warte, ich... Du musst mal beitreten. Oder nein, warte mal. Verlassen hab ich jetzt. Ich mach jetzt nur mal ne Gruppe. Öffentliche Gruppe. Äh... Bin ich doof? Eine Gruppe starten. Die Hunde nenn ich jetzt einfach nochmal. Oder? Ja. Und dann lade ich dich ein. Ach, die Hunde Stinkefinger, meinte ich. Ist bei dir auch immer Werbung oben? Ist ja so. Ist bei dir immer Werbung unten. So, ich hab jetzt... Dich, äh... Scheiße! Jetzt weißen die, ich muss mein Profilbild ändern. Warum? Die können jetzt alle von meinem Stream auf meinen Kanal gehen. Und dann können die mein Foto sehen. Und dann sieht man, wie ich aussehe. Wie kann man diese Werbung fucking Werbung wegmachen? So, schnell Profilbild geändert. Hey, jetzt können wir immer chatten. Ist voll geil. Warum tippst du gerade? Moin. Ich bin jetzt in dem Club die Hunde drin. So. Drück auf bereit. Und dann kann dein... Wenn meine Community drauf geht... Äh, dann kann man... Dann können die... Dein... Na... Den Gesicht sehen. Meins. Also ändert es am besten. Ne, ist mir egal. Ich hab jetzt meinen Marshmallow-Kopf gemacht. Oh, okay. Warte mal. Ich... Ich geb mal... Game Master ein. Vielleicht gibt's das. Sega! Ich hab Bock auf ne Runde. Battle Royale. Ratatatada. Game Master. Ist bei dir auch Werbung immer? Ist halt so. Zu klein. Was steht bei dir? Venga... WT... WGT... 3001... 3... Keine Ahnung. Bei mir steht bis zu Single. Wirklich jetzt. Ich hab grad irgendeine verfluchte Nummer. Ich schreib' dir mal Moin. Du musst mal Game machen. Game ist ne verfluchte Nummer. Ich seh das. Ich schreib' die mal an. Game heißt die. Die musst du mal anschreiben. Warum? Die ist verflucht. Ich seh' das an dem Profilbild. Weil es hat so ein Schloss als Profilbild. Spring aus. Ich hab' Moin geschrieben. Ich schreib' jetzt nochmal, bist du verflucht? Mist. Hab' ich geschrieben. Du. Äh. Ich bin der Großköpfige. So nenn' ich mich jetzt. Oh. Digga. Gefühlt. Hier ist so ein Skin mit so nem Mantel. Äh. Das ist so ne Wolfmaske. So ne bunte Wolfmaske. Ist da. Ich hab' keine Waffe. Mit so ner Wolfmaske war der Skin. Meine Aim ist komplett da. Ja. Drück. Hä? Konntest du auf bereit drücken? Ich bin in die Lobby gegangen. Ich bin auf. Hä? Jemand ist in meinem. Stehen. Ich bin in meinem. Ich bin in meinem. Ich hab's. Flucht. Fragezeichen. Bläh! Nicht verbucht! Verbuch! Verbuch! Ich mein Ver... Ver... Digga! Bist... Du... Dumme Kuh! Uff! Digga! Was machst du? Julio? Was denn? Jetzt hab ich endlich hinbekommen! Ah! Er hat so ne Scheiße geschrieben. Verbuch! Was hat er geschrieben? Hat er geschrieben. Wenn ihr mir zurückschreibt, ey! Dann ist die Türke am Dampfen! Bum! 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 Ja, was ist in meinem Stream drinne? Wirklich? Ich nicht! Digga! Eine Stunde und drei Minuten bin ich schon am Stream. Krass! Bum! 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 Der eine Save meinen Abonnenten... iner von meinem Abonnenten bestimmt. Ja. Der in dem Stream ist, der kennt mich safe. Wenn er jetzt meinen Namen oben мнft' Und meinen Skin. Dann denkt der sich. Wow! auch vielleicht so einfach meine Mutter und mein Vater die soll mal einen Chat schreiben sonst klatscht sonst klatscht meine Mutter erst mal äh äh ich äh Julio Ripp wenn es meine Eltern sind wie wer hat Julio Ripp geschrieben? nein nein wenn es meine Eltern sind dann du Ripp Julio dein Grab ist vorbereitet wir sollen auf den Stream gehen wenn er nicht ins Chat schreibt ich geh jetzt auf YouTube auf YouTube geh ich jetzt bei meinem Handy AHHHHH Hilfe mein Komete mein Komete mein Komete ist fast unkontrollierbar oh jetzt gehts ich schreib jetzt in Chat ich hab die weltbeste Waffe im Spiel ich hab ne Happe ich hab ne Happe ich hab ne Happe ich schreib DIN 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 kann nicht mal wupp du bist am Arsch der Welt gelandet oder? ich bin im Baum drinne Digga, schreib in den Hey, da sind zwei Leute in meinem Stream Oh cool, ich bin aber nicht in deinem Stream ich war gerade in meinem Stream Aha, das ist mein Vielleicht mache ich bald auch noch mal YouTube auf meinem YouTube-Channel Dann kommen da Challenge-Videos hoch und so weiter und da werde ich auch heftig den Marlon branken oder auch Bani, Barnabas Ich habe mich mit dem gestritten seitdem nicht mehr gehört Der war gestern bei mir zu Hause Okay Ich habe mit dem immer Rec Room gespielt Ich weiß, hat der mir auch gesagt Ich wurde mit einem Erntewerkzeug geholt Okay Dann hole ich mir vielleicht auch mal eine PS4 Aber da muss ich mich dann natürlich erst einspielen Kostet Fortnite da was? Nö, kostenlos Okay, geil Ähm, ich mache jetzt glaube ich auch den Stream aus Wir haben schon eine Stunde und sechs Minuten gestreamt Ja, mach ihn aus Jupp, ich glaube Alter, guck mal, guck mal bei dem einen Der ist ja bald, guck mal Ich bin schon in der Lobby, aber egal Hä, drückst du nicht So Haut rein, Leute Ja Ich bin schon in der Ich bin schon in der Ich bin schon in der Ich bin schon in der